Musik Großeinsatz für die Feuerwehren in Bad Blaspe am Dienstagmorgen gegen 4.39 Uhr. In der obere Rote Hart brannte ein Holzhaus in voller Ausdehnung. Bei dem Brand wurde das Haus komplett zerstört. Beim Eingreifen der ersten Einsatzkräfte stand das Carboard und das darin befindliche Fahrzeug im Vollbrand. Das Feuer ist schon auf das Wohnbereich oder in den Wohnbereich des Hauses eingedrungen. Und die ersten Maßnahmen waren der Schutz des direkt angebauten Nachbargebäudes und also die Brandbekämpfung im Wohngebäude und im Carboard. Die Feuerwehr setzte dabei vier C-Rohre und ein B-Rohr ein. Auch über eine Drehleiter haben die Einsatzkräfte das Feuer bekämpft. Die beiden Bewohner konnten das Haus noch selber verlassen und wurden nicht verletzt. Sie waren durch einen Nachbarn geweckt worden. Diese waren durch ihren Hund, der anschlug, auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. Über 40 Mann waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch bis in den Vormittag an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten dauern noch bis in den Vormittag an. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löscharbeiten dauern noch bis in den Vormittag an. Die Feuerwehr rückte mit drei Löscharbeiten dauern noch bis in den Vormittag an.